An den meisten Universitäten kannst du mehrere Fächer gleichzeitig studieren, das geht auch hier. Wenn du dich zum Beispiel für einen Bachelorstudiengang in Marburg entscheidest, hast du die Wahl, ob du entweder einen Monobachelor studierst und dich auf eine Fachrichtung konzentrierst oder ob du einen Kombibachelor studierst. Beim Kombibachelor hast du nochmal die Entscheidungsmöglichkeit, ob du ein Hauptfach mit einem Nebenfach kombinierst oder ein Hauptfach mit zwei Nebenfächern. Dann studierst du entweder sechs oder acht Semester. Das Coole daran ist, dass du mehrere Fachrichtungen, zum Beispiel auch Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften miteinander verbinden kannst. Zum Beispiel archäologische Wissenschaften und Einführungen in die Physik. Was wäre deine Lieblingskombi? Für mehr Informationen klick gerne hier.